Wer an ETFs investiert, der sollte einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen. Allerdings kann es auch durchaus sinnvoll sein, kurzfristige Markttrends mitzunehmen und hier gezielt in einzelne Branchen zum Beispiel zu investieren. Genau das wollen wir uns heute mal näher anschauen, welche Branchen hier für einen kurzfristigen Investitionszeitraum besonders interessant sind. Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren neuen Videos mehr rund ums passive Investieren verpassen möchtest, dann hau doch jetzt schon mal den Abo-Button und aktiviere auch gleich die Glocke. Dann wirst du nämlich immer direkt benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und wenn dir dieses Video hier heute gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Ganzen jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben gibst. Und damit starten wir auch schon mit diesem Video hier. Wir sind hier heute zurück zu der besten ETF-Reihe in 2021. 2021, wir hatten uns ja bereits vor zwei Wochen, war das den ersten Teil hierzu angeschaut. Hintergrund des Ganzen ist es, dass ich mir am Anfang des Jahres einmal sehr interessante ETFs angeschaut habe, wo ich der Überzeugung war, dass diese in 2021 besonders relevant sein sollten und hier eine gute Performance möglich ist. Damals haben wir verschiedene Länder, Regionen, aber auch Branchen angeschaut und genau mit einzelnen Branchen wollen wir uns dementsprechend heute auch mal beschäftigen. Bevor wir das ganz konkret tun, wie immer der Risikohinweis, das Ganze ist hier keine Anlageberatung, sondern wie immer nur meine ganz persönliche Meinung und ihr seid für eure eigenen Finanzgeschäfte immer selbstverantwortlich. Ein ganz kurzer Überblick, ich blende euch an der Stelle auch nochmal das Video von letztem Mal ein, wo wir uns verschiedene sehr spezifische Länder- und Regionen-ETFs angeschaut haben und da erkläre ich euch auch, wieso die so interessant sind, hier sich mal kurzfristig auch das Ganze vielleicht zu investieren. Heute geht es also um Sektoren und Branchen. Starten wir mit dem ersten Thema hier, mit der ersten Branche und zwar mit der Konsumbranche. Wir beschäftigen uns nämlich mal mit dem MSCI World Consumer Discretionary. Also ganz klar, es geht hier um Konsumgüter und vor allem um Nicht-Basis-Konsumgüter, also um zyklischen Konsum. Der ist natürlich immer besonders, wenn die Konjunktur boomt, wenn die Wirtschaft voranschreitet, sind natürlich Produkte von diesen Unternehmen besonders gefragt. Ganz an der Spitze des heute vorgestellten ETFs, der von X-Trackers ist und alle weiteren Details könnt ihr auf der linken Seite hier in dieser Box sehen. Ein ETF von X-Trackers, der physisch replizierend und thesaurierend ist. Ein ordentliches Fondsvolumen von knapp 400 Millionen US-Dollar. Eine interessante und sehr niedrige TR für so ein Nischen-Investment mit 0,25% finde ich sehr in Ordnung und vor allem, wenn wir uns die Performance anschauen, 17,2% pro Jahr. Das ist echt schon richtig krass. Auf jeden Fall in den letzten 5 Jahren. Vergleichen wir das mal mit einem standardmäßigen MSCI World, dann sind wir hier eben um knappe 3,4 Prozentpunkte sogar besser. Also sehr, sehr stark. Hier können wir auf jeden Fall sagen, der Konsum hat in den letzten Jahren auch dafür gesorgt, dass wir in den Aktienmärkten hier steigende Kurse gesehen haben. Was sofort auffällt, 50% Top 10 und damit zum Anfang meines ursprünglich angefangenen Satzes, nämlich Amazon ist hier mit über 20% die Aktie, die am größten gewichtet ist. Danach kommt dann Tesla mit gerade mal 7% und insgesamt also die Hälfte dieser 174 Positionen, die hier vertreten sind, finden wir schon in den Top 10. Also ein ganz schön starkes Klumpenrisiko. Wer Amazon also sowieso im Depot hat in irgendeiner Art und Weise, der ist hier vielleicht besser nicht beraten, sich diesen ETF nicht genauer anzuschauen, außer man ist natürlich 100% von Amazon überzeugt. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ist es dann die richtige Wahl hier mit so einem Branchen-ETF? Ich habe es schon gesagt, also wir befinden uns hier im Bereich der zyklischen Konsumgüter. Die ganzen Aktien, die hier drin sind, sind vor allem eben Wachstumsaktien. Und da können wir auch wieder sehen, das sind eben auch große Wachstumsaktien. Amazon, Tesla, Home Depot, LWMH und auch Nike, das sind alles Unternehmen, die eine wahnsinnig hohe Marktkapitalisierung haben. Und das war ja in den letzten Jahren auch immer ein Renditegarant. Die Wachstumsaktien sind förmlich über sich selbst hinausgewachsen. Den wirtschaftlichen Aufschwung habe ich bereits erläutert. Und wenn wir uns dieses Jahr anschauen, dann sind wir zumindest Stand Anfang des Monats. Denn ich wollte alle diese ETFs hier natürlich aufeinander bringen. Das heißt auch das Video von letztem Mal. Da sind wir auch eben Stand Anfang des Monats Juli hier mit den ganzen Daten. Das kann sich natürlich in der Zwischenzeit alles wieder geändert haben. Aber Stand damals waren wir hier knappe 15% im Plus in 2021. Also ein sehr interessanter ETF, der natürlich extrem davon profitiert, dass hier die Wirtschaft nicht noch einen zweiten Knicks nach unten macht. Also Corona sollte besiegt sein an dieser Stelle. Und das ist dann auch so ein Stichwort für den nächsten ETF, den wir uns anschauen. Und zwar geht es hier um die Wertschöpfungskette. Und zwar ganz spezifisch um den Logistikbereich. Ich kann euch zu vielen der Unternehmen, die hier vertreten sind, nicht wahnsinnig viel sagen. Ich denke, einige von denen, die ich hier aufgelistet habe, sollten zumindest bekannt sein. Shopify und natürlich die Deutsche Post sind hier jetzt mal zwei zu nennen. Also ein ganz, ganz spezifischer weiterer Branchen-ETF eben hier. Gerade eben hatten wir den Konsum. Jetzt sind wir hier im Bereich Industrie, aber auch einiges an Technologie mit vertreten. Wenn wir uns das mal auf die Länderebene übertragen, auch sehr interessant, dass wir hier eine etwas andere Verschiebung haben. Ähnlich wie MSCI World, wenn wir uns das mal so anschauen. Aber ein recht schwaches Gewicht der USA mit knappen 30 Prozent. Japan mit 17, Deutschland mit 8. Und sogar die Chinesen sind mit 8 Prozent hier vertreten. Also sehr interessant. Natürlich, dieser ETF hat enorm davon profitiert, dass wir hier eben so diesen starken Online-Handel hatten. Also ein absoluter Pandemie-Gewinner in den letzten anderthalb Jahren gewesen. Und der globalisierte Handel wird ja auch noch in Zukunft weiter voranschreiten. Und dementsprechend ist das hier ein sehr interessantes Investment. Wenn wir uns diesen konkreten ETF anschauen, einer von Legal & General, physisch replizierend und thesaurierend hier, was die Ertragsverwendung angeht. Recht groß schon mit 660 Millionen US-Dollar, dafür, dass es ihn erst mal gerade knappe drei Jahre gibt. Die TER ist relativ teuer mit 0,49 Prozent. Und auch die Positionen mit 2,5 sind es nicht wahnsinnig viele. Und die Top-10-Gewichtung, da können wir sehen, das ist fast eine Gleichgewichtung hier von den Aktien, die wir jetzt auch hier sehen, die Top 50 aufgelöstet habe, sind alle mit rund drei Prozent gewichtet. Performance-technisch ein fantastisches Jahr gehabt, 2021. Hier knappe 27 Prozent im Plus. In den ersten knapp sechs, sieben Monaten. Und das kann man sich eigentlich über die letzten Jahre auch anschauen. Im Drei-Jahres-Vergleich hier zu einem MSCI World haben wir diesen um 8 Prozent outperformed, 22 Prozent pro Jahr. Also man kann auf jeden Fall sagen, hier ist schon natürlich einiges eingepreist. Da kann man sich, denke ich mal, sicher sein, dass diese Entwicklung, die in den vergangenen Monaten genommen wurde, hier definitiv jetzt schon mit in den Aktien eingepreist ist. Dennoch ein interessanter ETF, denke ich mal, den man auch in diesem Kontext trotzdem genauer im Auge behalten sollte. Schauen wir uns noch den dritten ETF an, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar ein sehr anderes Branchen-Investment, das man vielleicht nicht gar nicht so direkt jetzt vor Augen hat, wenn man an so Nischen denkt. Denn es geht heute um die Rohstoffe. Ja, tatsächlich gibt es hier einen interessanten ETF von Spider, und zwar den MSCI Europe Materials. Leider gibt es das nicht in der World-Variante. Zumindest habe ich einen solch in Deutschland verfügbaren ETF nicht gefunden. Dementsprechend jetzt hier nur eine europäische Variante, der ja doch schon sehr nischig unterwegs ist. Gerade mal 66 Millionen Euro sind in diesem Fonds, den es dann aber auch schon seit knapp sieben Jahren gibt. Die TR mit 0,23% kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Top 10 ist natürlich extrem stark gewichtet, über 60% und auch insgesamt nur 39 Unternehmen, die hier vertreten sind. Im Vergleich zu einem MSCI Europe allerdings haben wir diesen um über 7% pro Jahr in den letzten Jahren outperformed. Also extrem stark, was diese Performance hier angeht. Das ist natürlich vor allem auch auf diesen Hoffnungsträger Rohstoffe zurückzuführen. Wir haben in den letzten Monaten vor allem extrem explodierende Rohstoffpreise gesehen. Egal, ob es das Kupfer, Nickel oder Gold ist, hier auf jeden Fall immer steigende Preise. Und davon profitieren natürlich Unternehmen wie Rio Tinto, Air Liquide, aber auch BASF sind hier eben die Nutznießer dieser Entwicklung. Insgesamt sind die Unternehmen, die diesem ETF hier vertreten sind, obwohl sie eigentlich alle den Grundmaterialien eben zugeordnet werden können, wenn wir uns hier nach dieser klassischen Branchenaufteilung eben einmal das Ganze anschauen, dass wir trotzdem sehr vielseitig und vielflächig eingesetzte Produkte dieser Unternehmen haben, ob das jetzt im Chemie- oder im Gasbereich ist oder natürlich auch eben ganz klar bei der Gewinnung von Mineralien. Das ist auf jeden Fall hier sehr interessant zu sehen, dass wir hier so breit aufgestellt sind. Auch die Länderdiversifikation ist sehr interessant. Knappe 28% Vereinigtes Königreich, 19% Schweiz, 15% Deutschland, 10% Frankreich. Nun ja, dann sind wir schon ein Großteil der Länderaufteilung überhaupt schon durch. Dementsprechend, das sind auf jeden Fall hier die großen Player, was diesen ETF angeht. 20% in diesem Jahr haben wir bereits an Performance gemacht. Also auch hier wieder zu sehen, ein richtig, richtig starker ETF, der extrem gut gelaufen ist. Was ist also das Fazit, was wir hier fällen können für diese drei ETFs? Für wen könnte das ein interessantes Investment sein? Ich habe es zu Beginn schon gesagt, wir haben hier natürlich dadurch, dass wir hier so spezifische Brancheninvestments haben, eben ganz klaren Fokus, teilweise starke Übergewichte. Ich habe am Anfang Amazon erwähnt, im ersten ETF, den ich vorgestellt habe, aber auch die anderen ETFs mit vergleichsweise wenig Position. Dementsprechend, wer sich hier ganz spezifisch in diese Bereiche weiterentwickeln möchte und hier sein Portfolio auf diese verschiedenen Branchen nochmal aufteilen möchte, der ist auf jeden Fall gut beraten, hier sich das mal etwas genauer anzuschauen. Ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich in 2021 bisher eine fantastische Performance aller dieser Indizes und ETFs gesehen und ich persönlich halte die Aussichten auch weiterhin positiv. Es ist natürlich auch ganz stark davon abhängig, wenn wir uns mal den Konsum anschauen, aber auch den Logistikbereich, dass wir eben hier eine starke Wirtschaft haben und dass die Pandemie nicht nochmal in eine vierte, fünfte und sechste Welle geht. Bei den Rohstoffen sehe ich das so etwas abgekoppelt davon, dadurch, dass die Rohstoffpreise einfach enorm eingestürzt sind, natürlich auch während der Anfangsphase der Pandemie, aber seitdem nur eine Richtung kannten und zwar ganz steil nach oben. Hier wäre es auf jeden Fall auch interessant zu beobachten, wie sich das entwickeln sollte, wenn wir hier nochmal einen Lockdown erleben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Meinung zu diesen heute vorgestellten ETFs ist. Habt ihr davon sogar welche vielleicht im Depot? Schreibt mir dazu mal gerne einen Kommentar. Ich freue mich da immer wieder auf eure Storys und auf den Austausch mit euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine weiteren neuen Videos mehr. Das soll es an der Stelle mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dann!